Ah, mir fehlt Schrott. Scheiße. Okay, ich hol mal kurz mein Motorrad und dann fahren wir dann weiter nach oben. Ich glaube, da ist nämlich das letzte Nest. Hier schieben die Sachen. Wunderschön. Ich weiß nämlich nicht, was mich da oben jetzt erwartet. Vielleicht kommt eine Horde mir entgegen. Oh Gott. Oh, den hab ich ja gar nicht gesehen. Du Sackgesicht. Jetzt hab ich mich schon erschrocken. Ich hab mich grad voll darauf konzentriert, äh, die abzuballern. Gut gemacht. Oh shit. Sag mir nicht, dass dann da eine Horde rauskommt oder so. Wird noch ein normales Nest aus, oder? Oh shit. Oh shit. Das ist aber kein Nest. Warte, ich muss hier... Nee, ganz vorsichtig. Puh. Puh. Ich bin voll in die Horde reingefahren. Ah. Ich lebe noch. Ui, speichern. Ähm. Ist das noch eine Horde? Sag mal, sind das zwei Horden? Ihr wollt mich doch voll fett verarschen, oder? Ach du mein. Was soll der denn? 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 Okay... Okay... Was soll der denn? 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 Meine Güte. Ich hab halt nicht mehr so viel Munition. Was ist das hier? Ich muss da eh rüber? Okay. Ich hoffe, die lassen mich. Hallo, tschüss! I believe I keep on. Okay. Okay. Ach, schade. Das nächste Mal. Ich hoffe, die kommen jetzt nicht hier rüber. Das fände ich nicht so schön. Okay, noch eine Horde. Was? Aber... Aber... Okay. Das ist, glaube ich, jetzt die dritte Horde, die ich innerhalb von zehn Minuten gesehen habe. Ich hätte mich mal nicht beschweren sollen, dass ich kaum Horden sehe. Scheiße! Die Strafe. Die fette Strafe. Die will ich alle noch platt machen. Wo genau? Ich habe jetzt keinen Bock, gegen ihn zu kämpfen. Oh. Nee, jetzt kein Brecher. Ich weiß nicht, was ich spielen soll. Das kann ich hier leider auch nicht beantworten. Hallo, Ford. Was wird bei dir? Ich habe zum Glück im Moment nur Days Guns zum Spielen. Also wirklich. Und wenn es vorbei ist, dann sitze ich auch da. Da kann ich mich vielleicht mal um meine privaten Games kümmern. Aber für einen Stream ist dann halt ein bisschen schwierig. Alles fett. Ah, okay. 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 Dann kann ich dir etwas empfehlen, Lass. Hm. Ich muss mal Dragon Quest weitermachen. Okay. Ich muss irgendwo ein Nest in der Nähe sein. Das war jetzt nicht so geplant. Ich brauche Schrott. Ich glaube, mir fehlt immer Schrott für die Pfeile. Ich darf heute nicht mehr auf Twitter. Wieso? 799 scheint nicht gut genug zu sein. Oh Gott. Ja, ich habe leider auch Mangel. Ich habe leider auch Mangel. Entweder fehlt mir Kerosin oder Schrott für die Pfeile. Weil da gerade die Party abgeht. Okay. Natürlich kann ich jetzt keinen Schrott sammeln. Dragon Quest muss ich auch noch weiterspielen. Und Hi Drösel. Ja, ich auch. Ich auch. Das macht schon ziemlich Bock. Ich weiß gar nicht, warum ich das irgendwie vernachlässigt habe. Ich habe auch schön Trophies und so währenddessen immer gefarmt. Es wird, glaube ich, immer Zeit, dass ich das mitmache. Mitmache. Weitermache. Ich kann nicht reden. Mich ärgert das hier gerade. Mit Granaten kann ich es nicht kaputt machen, ne? Fällt es wahrscheinlich runter. Ja. Mir fehlt allgemein Kerosin. Ja, super. Ja. Gut, dann mache ich erst mal die Aufgabe. Vielleicht ist da irgendein Örtchen, wo Kerosin ist oder so. Es gibt zu viel zu spielen. Ja. Auch das. Das stimmt. Ralfi, danke schön für dein Follow. Ja, ziemlich großes Kerl. Oh shit. Ich seh dich, Arschloch. Ich hab euch gar nicht... In die Nüsse. Da war gar nichts, du Lügner. Sprengstoff. Ich brauche Sprengstoff. Scheiße. Oh ja. Die Sache läuft. Er hat mich erwischt. Du. Du. Hey, zu mir. Nehmen wir, nehmen wir. Bewegung. Wir ziehen uns zurück. Brennen und stirren. Ich geb die Decke. Oh. Stoppt euch, das Schweine hat sie erwischt. Ach man, warum denn? Warum? 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 Warum seid ihr so scheiße? Nein, ich... Guck mal, ich hab einen Freund mitgebracht. Der möchte mit dir kuscheln. Ich brauche Deckung. Jesus. Da war doch was. Ja, geht mal da hin oder so. Oh. 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 Ach, das ist doch scheiße. Ich hab so gut wie keine Munition mehr, ne? Das wird ja ein lustiges Spielchen. Ich mein, der Brecher killt ja auch die anderen, aber trotzdem. Ich bin wieder da, wer wurde alles gebannt? Niemand. Wow. Genau. Killer, Tunger, Killer geht mal um. Mach das. Das, das. Geht ein Reh erleben. Das wollen verdammt viele Plünderer. Oh, scheiße. Er hat's trotzdem auf mich abgesehen, ne? Er riecht mich. Konnichiwa. Lass mich bloß in Ruhe, Alter. Dumme Kreischer. Ey, wirklich. Nimm mir so auf den Sack. Rette dich. Ich darf dich nicht retten. Der muss weg, ne? Da ist er alles. Oh. Blöde Kackpratze, du! Ja, lol. Ernsthaft, da kann man auch durch. Will man noch Hunger? Das ist nicht gut. Und du hast ja schon gegessen, ne? So kann ich dich jetzt retten? Ja, kann ich. Ach, du meinst deine Videos? Ich hab keine Ahnung, was sie von mir wollten. Ja, auf jeden Fall nichts Gutes. Meinst du, du schaffst es allein nach Hause? Ja, danke, Mann. So. Das haben wir auch erledigt, sehr schön. Jetzt guck ich mal, ob ich hier vielleicht noch Kerosin oder sowas finde. Das wird toll. Oder kann ich es vielleicht schon herstellen? Nee. Warum auch? Ich brauch was zum Mampfen. Dann musst du dir was machen. Das gibt's doch nicht. Hier gibt's nichts zum Sammeln, was ich gebrauchen könnte. Ah, schön. Das ist ziemlich doof. Auf Twitch darf ich da nicht hochladen. Äh, wieso jetzt? Also hat der bestimmt irgendeinen Grund? Ich war mal hierhin wegen Benzin. Das ärgert mich nur mit dem Nest hier. Vielleicht finde ich hier aber was und dann kann ich ja zurückfahren und das dann auslöschen. Was ist grad mit der Anzeige da unten los? Äh, was war das denn? Wow. Wir passen durch. Wir passen durch. Wir passen durch. Ähm. Ach komm. Das ist doch jetzt voll scheiße. Oh, wie süß die schlafen. Guck mal. Oh, wie süß. Oh, wie süß. Oh, wie süß. Oh, scheiße. Ich hab jetzt ein Molly. Ich könnte eine Menge ausschalten, wenn ich jetzt hier gegenschieße. Also wenn ich die da hinlocke. Aber. Es werden noch viele leben. Und ich hab keine Munition mehr. Das ist doch scheiße. Meine Sau macht beim Giveaway mit. Das ist scheiße. Das ist doof. Oh. Ist keiner mehr da, oder? Du bist ja auch bald fertig, ne, mit dem 24-Stunden-Stream. Die haben mich jetzt nicht gesehen, oder? Äh, warum? Warum? Sag ihm, er soll mir was übrig lassen. Ich hab nichts getan. Oh. Jesus. Warum? Ich komm hier nicht mehr raus. Hahaha. Ihr könnt mich mal. Oh. Jesus. Warum tut ihr mir das an? Ich war doch leise. Warum machst du das? Warum machst du das? Warum machst du das? Warum? Oh, ich brauche nicht. Ich war doch nicht. Wenn Du Anime tun hast, diesen Dateos zieht.